In diesem Video erläutere ich dir das Störungsbild der Anpassungsstörung. Hierzu erkläre ich genau die Symptome, Diagnostikmöglichkeiten, die Ursachen, differenzialdiagnostisches Vorgehen, Folgen und Komplikationen sowie auch Therapiemöglichkeiten. Eine Anpassungsstörung ist eine psychische Reaktion auf einmalige oder fortbestehende identifizierbare psychosoziale Belastungsfaktoren, die die Entwicklung klinisch bedeutsamer emotionaler oder verhaltensmäßiger Symptome zur Folge hat. Die Symptome können sehr vielfältig sein und hängen individuell von der Person und dem als Belastung empfundenen Ereignis ab. Folgende Symptome sind dabei unter anderem möglich. Das Gefühl von Bedrängnis, emotionale Beeinträchtigung, ein verändertes Sozialverhalten, Probleme mit Nähe oder Distanz, eventuell ein sozialer Rückzug, das Gefühl der Leere, ein Grübeln, aber auch geistiges Verhaftetbleiben, eine Präokkupation, eine gesteigerte Sorge, Freudlosigkeit oder auch Trauer, Angst, depressive Verstimmung bis hin zur Atemnot. Die Anzeichen sind unterschiedlich und umfassen depressive Stimmung, Angst oder Sorge oder auch eine Mischung von diesen, ohne jedoch so markant zu sein, dass die speziellen Diagnosen gegeben werden können. Außerdem kann ein Gefühl bestehen, mit den alltäglichen Gegebenheiten nicht zurechtzukommen, diese nicht vorausplanen oder auch fortsetzen zu können. Störungen des Sozialverhaltens können insbesondere bei Jugendlichen ein zusätzliches Problem sein. Die Diagnosekriterien für die Anpassungsstörung nach F43.2 lauten, identifizierbare psychosoziale Belastung von einem nicht außergewöhnlichen oder sogar katastrophalen Ausmaß Beginn der Symptome innerhalb eines Monats. Symptome und Verhaltensstörungen, wie sie bei affektiven Störungen, außer Wahngedanken und Halluzinationen, bei Störungen des Kapitels 4, also neurotische Belastungs- und somatoformen Störungen und bei den Störungen des Sozialverhaltens vorkommen. Die Kriterien einer einzelnen Störung werden aber nicht erfüllt. Die Symptome können in Art und Schwere variieren. Die Symptome dauern nicht länger als sechs Monate nach Ende der Belastung oder ihrer Folgen an, außer bei der längeren depressiven Reaktion. Bis zu einer Dauer von sechs Monaten kann die Diagnose einer Anpassungsstörung gestellt werden. Die Anpassungsstörungen sind Reaktionen auf Belastungen. Solche Belastungen können Beendigung einer Beziehung, Eheprobleme, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder auch Mobbing sein. Aber auch sogenannte kritische Lebensereignisse wie Schulwechsel, Heirat, Geburt, Tod eines Angehörigen, aber auch Arbeitslosigkeit, Emigration und Pensionierung können bei mangelnder Bewältigungsfähigkeit eine Belastung sein und so zu einer Anpassungsstörung führen. Weiterhin gilt dies auch für Ereignisse wie Flucht, Migration, Unfälle, Raub oder auch Operationen. Bei Kindern und Jugendlichen kann auch Vernachlässigung die Ursache sein. Die individuelle Prädisposition oder auch Vulnerabilität eines Menschen spielt bei dem möglichen Auftreten und bei der Form der Anpassungsstörung eine bedeutsame Rolle. Im ICD-10 wird als Ausschlusskriterium das Nichtbestehen der Trennungsangst in der Kindheit spezifiziert. Es gibt auch verschiedene Störungen, die eine Anpassungsstörung auf den ersten Blick ähneln, so zum Beispiel eine Bindungsstörung, Borderline, Autismus, Asperger-Syndrom und die schizoide Persönlichkeitsstörung. Eine Unterscheidung zu anderen Störungen ist häufig nur möglich, wenn sich der Betroffene nicht in einem Heim, einem Krankenhaus oder einer Anstalt befindet, also nicht in einem Milieu, das den Hospitalismus fördert. Wird der Betroffene in ein normales Milieu gebracht, bessert sich das Verhalten häufig nach einigen Monaten. Im Unterschied zur Bindungsstörung neigt der Betroffene nicht zu gewalttätigem oder aggressivem Verhalten und nicht zu einem eingefrorenen Gesichtsausdruck bzw. zu erhöhter Wachsamkeit gegenüber der Umgebung. Der Autismus unterscheidet sich von der Anpassungsstörung vor allem dadurch, dass das autistische Verhalten auch bei guter Pflege und genügend Anregung weiter besteht. Außerdem findet sich bei Patienten mit einer Anpassungsstörung nicht das spezifische Verhalten autistischer Menschen. Menschen mit einer Anpassungsstörung weisen im Unterschied zu Autisten auch keine sprachlichen Defizite auf. Eine Unterscheidung zum Asperger-Syndrom ist die Durchführung einer neurologischen Untersuchung, die bei Menschen mit Asperger-Syndrom häufig auffällige Befunde liefert. Das subjektive Wohlbefinden der Betroffenen ist beeinträchtigt. Es bestehen Gefühle von Angst, Depression oder auch Sorge. Es können Schwierigkeiten bestehen, den Alltag und seine Anforderungen zu bewältigen. Besonders bei Jugendlichen kann das Sozialverhalten beeinträchtigt sein, sodass es zu einer Vereinsamung und auch Isolation kommen kann. Die Folgen können Arbeitsunfähigkeit, Schwierigkeiten in der Beziehung bis hin zu Suizidgedanken sein. Anpassungsstörungen werden psychotherapeutisch behandelt. In Einzelfällen werden unterstützend auch Antidepressiva gegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017